Das Böse ist immer und überall. Sie haben ein Teddybär geworden. Das ist kein Quatsch, Mann, das ist ein Überfall hier. Geld oder Leber. Geld oder Leber. Geld oder Leben. Sie haben aber ganz deutlich Leber gesagt. Geld oder Leber. Können Sie auch bald haben. Demnächst in diesem Theater. Geld oder Leber. Das Böse ist immer und überall. Das ist ein Banküberfall. Das kann jeder sagen. Das kann nicht jeder sagen. Doch, das kann doch jeder sagen. Das ist ein Banküberfall. Selbstverständlich kann das jeder sagen. Das ist ein Banküberfall. 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 Sie sind ja wirklich gestraft. So ein Gesicht. Setzen Sie lieber wieder Ihre Maske auf. Sie armer Junge. Das ist ein Überfall. Du liebst mich nicht mehr. Geldraub. Ich wollte eigentlich Geld abheben. Wenn Sie mich kurz vorlassen würden. Selbstverständlich gerne. Danke. Entschuldigen Sie, dass ich zugehört habe, aber ich müsste noch etwas Geld einzahlen. Darf ich nach Ihnen? Sicher, gerne. Bitte. Du bist doch total beknackt. Beknackt. Geld oder Leben mit Mike Krüger, Ursula Mon und Falco. Als ein Kind sagt es einmal, wo ist denn eigentlich mein Dubel? Jetzt mal ehrlich, welcher von euch ist Falco? Also, ich bin Falco. Das sieht man doch schon an seiner Nase. Wohin des Weges, schönes Kind? Meine Großmutter schickt mich. Dem lieben Onkel Falco eine Flasche guten Weines bringen. Weißt du denn nicht, dass fremde Onkels nichts von kleinen Mädchen annehmen dürfen? Wollen wir nicht noch ein bisschen Ball spielen? Und sowas verbraucht Sauerstoff. Gedächtnis schon. Wir werden die Schädeldecke aufmachen müssen. Das haben wir gleich bitte dem Dosenöffner. Halt, 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 halt. Das ist mein Dosenöffner. Ihr sollt eure Arschgesichter so rumreißen, dass eurem Nachbarn der Rotz in die Fresse fliegt. Verstanden? Wer sich drückt, den peisigen Ohr ab, dass er aussieht wie eine Taschenuhr. Hände hoch, meine Waffe ist auf dich gerichtet. Keine Bewegung oder ich werde dich bürsten. Küste, Hand, Herr Kerkermeister, ich bin wieder da. Der Dauergast nimmt diesen Knall aus der Lüge. Vorsicht. Ich habe Mittel und Wege, deinen Willi zu brechen. Wieder da. Geld, Geld oder Leben. Demnächst im Kino.